Ja, Leute, das ist sowieso schon eine richtig lange Runde und deswegen werde ich das Pre-Intro jetzt nicht zu lange machen. Schaut auf jeden Fall bei Clash, die und bei Natrix vorbei, die in der Runde waren. Mit Clash habe ich aufgenommen, Natrix war bei Zufall drin. Schaut trotzdem bei ihm vorbei, schon guter Tab. Und ja, auf jeden Fall schaut auch noch bei AvoGraphics vorbei. Der hat einen geilen Skin für mich gemacht, den hatte ich jetzt zwar hier noch nicht drin. Den werde ich aber reinmachen, sobald ich ihn wieder auf Teamspeak finde, weil ich habe den nicht gespeichert, ich Idiot. Und ja, irgendwas wollte ich noch sagen. Ja, genau, ich brauche unbedingt noch einen Designer für Thumbnails, aber wirklich nur für Thumbnails. Und ja, der Typ, der mir was machen will, soll mal eine PN schreiben, eine YouTube-PN und dann passt das. Und dann viel Spaß mit dem Video und ciao. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde. Es geht um es kommen sogar auf Map oder sowas mit dem Clash, die und ich mag oder sowas nicht. Moin. Mal schauen, was aus der Runde wird. Aus der Runde wird nichts. Ich targette den hier. Du hast eine Waffe, wow. Ja, ich habe den schon low geboxt. Mann, warum bleibe ich jetzt hängen? Aber stehe bitte nicht. Es geht lieber eine Route anstatt zu targetten. Okay, okay, ich lasse es ab. Und jetzt habe ich einen guten Zafer. Wo bist du? Beim Fisch oben. Und irgendwie hört man nur die Hälfte meiner Sounds. Und jetzt ist dieser Trafix-Typ da, den du vorhin noch gerackt hast. Du musst hier unten schon warten, roten, abfacken. Nee, da geht es sogar weg. Junge. Ich höre einfach nur die Hälfte der Sounds. FNS höre ich nicht, eine Tür höre ich nicht. Und dann so Blöcke, wenn ich laufe, höre ich. Rot höre ich auch alles. Ah, der hat so guten Stuff, glaube ich. Ich brauche seinen Hanisch. Ich bin oben beim Fisch, ist so einer Lua, Qua, Qua oder so. Ich habe einen Lederhanisch. Ja, ich sehe den. Bist du bei dem? Ich komme gerade von hinten. Achtung, hinter dir. Mit dem Bogen. Oh, Alter, der hat da richtig bohäum. Besser als ich. Ich höre nicht, wenn einer FNS plantet. Hier, Schuhe. Ja, hier, Hose, Helm. Hörst du, wenn man isst? Ja, das höre ich. Aber ich höre nicht, wenn ich FNS ausschlage. Und wenn nicht. Aber ich höre, wie ich den Block abbaue. Das höre ich dann wieder. Und lass versuchen, den zu holen. Okay, nee. Auch wenn der eine Rot hat. Alter, Digga, nee. Lauf! Mann, warum? Den hast du jetzt hart verkackt. Drop my assen, wenn du hast. Okay, danke. Das ist ein Zinger, was ich noch habe. Ja, ich bin zwar immer noch nicht voll. Hier kommt dein Mate. Ja, aber die sind schlecht equipped. Ja, ich auch. Aber der hat aber FNS. Ja, hier bei dem engen Gang ist es behindert. Komm. Alter, warum habe ich da keinen Hit bekommen? Nice, nice, nice. Lass auf den jetzt. Ich habe dem anderen auch noch einen Hit gegeben. Aber der besseren Staff. Junge, es ist... Windows 10 ist größter Bullshit, Mann. Mein Vater, ich bin so das Wochenende überweg. Dann legt mein Vater einfach Windows 10 für den PC runter. Obwohl ich ihm gesagt habe, er soll es einfach lassen. Jetzt ist er One-Hit. Ja. Ich cutter. Alter. Boost. Ich bin vor dir. Ja. Jetzt nicht mehr. Das war ein guter Hit. Oh, das war ein guter Hit. Ja, der auch. Was war es denn auch mit dem Töppen? Ich muss Brote craften, sonst habe ich keinen Food. Da ist, da ist noch einer. Merlin. Ich brauche halt eine Hose. Komm, lass Merlin holen. Ich brauche seinen Harnisch. Alter, wie viel... ... ... ... ... ... ... ... Ich bin da auch noch ein paar im Wasser. Boost, 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 lass auf Merlin, der ist low und der ist ein Team. Boost, 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 bitte, bitte, danke. Und jetzt kommt noch ein Team von der Seite. Oh, vier Hits. Oh, nice, Mann. Und der eine Hit war richtig krass. Achtung, du bist im Sandwich. Oh mein Gott. Das war das für ein Hit. Pass auf. Digga, der eine Hit von mir. Ich habe dich jetzt einfach gesaved. Ja, ich weiß. Ich gehe jetzt einfach nicht auf Punkte, ich gehe einfach, dass du die Punkte machst. Ja, ja, passt schon. All safe. Oh mein Gott, was wäre das für ein Hit? Das sind wieder die von vorhin. Aber Achtung, ich habe richtig viel Knockback bekommen. Leute, der hat geleckt. Okay, jetzt muss ich ab. Jetzt muss ich weg. Merlin ist noch da drüben. Alter, ich habe den richtig gegeben, eigentlich. Achtung, hinter die... Leute, das hat gerade einfach wieder viel zu viel gezogen, Mann. Die machen jetzt locker noch Vierer-Team. Wir könnten die halt schon bekommen. Sobald ich ins Wasser komme, ich habe vier Pfeile. Und dieser Merlin-Typ schluckt doch nichts. Ich muss jetzt erst mal vorregen, ich habe 3,5. Als ob du jetzt noch 3,5 hast. Ja. Ja, dann chill mal. Ich wollte gerade sagen, wir müssen mich einfach voll rüberboosten. Ich bin fast voll. Sonst Boost, Boost, Boost. Ui. Okay, dann nicht. Ja, und der Boost war dann richtig behindert, der. Nee. So, jetzt holen wir die. Die haben gezogen, Kackstaff. Bei mir lagt die irgendwie ein bisschen. Ist das Hive oder ist das... Gomme. Gomme, D-Dost. Gomme, D-Dost. Okay. Ah, jetzt kommt D-Dost wieder. Hinter uns auch. Komm, verreis. Komm, verreis, ey. What a sick. Lass die Randoms mal holen. Warte, ich booste dich. Ah, doch nicht, weil ich jetzt keinen mitbekomme. Sorry. Warum laufen die anderen weg, Mann? Was versuchen die? Lass einfach weg. Ich habe keinen Bock auf solche Randoms. Ah, doch, die anderen gehen drauf. Dann lass jetzt weg drauf. Digger nice. Lass auf die, lass auf die. Komm, die sind nicht so stacked. Oh, was boosten wir denn da? Jetzt sind die genau in dem Block, Mann. War so klar. Ja, cry doch, Mann. Ihr wollt ja immer clean. Komm, die müssen wir jetzt bekommen. Die sind so krass unterstuck. Ah, die machen dieselbe Scheiße. Nochmal. Ey. Was macht er denn jetzt? Na, Tricks, Mann. Okay, ich habe einen Dier. Gegen ihn machen wir fair. Außer er versucht es gegen... Außer wir es gegen mich versuchen. Wo bist du hin? Weggelaufen. Von zu Hause abgehauen. Ne, keine Ahnung, irgendwo. Nicht hoch. Wo könnten die anderen sein? Ich bin hinter dir. Unten. Ja, schauen wir. Lass mal einfach Natrix lassen, aber nicht... Aber nicht... Wie soll ich sagen? Ja, killen. Ja, killen, ja. Einfach. Aber auch nicht wirklich Team. Ja. Einfach, friends. Höchstens dann im Deathmatch fair. Oder FFA. Ah, ich habe einen. Wo? Da. Beim Fisch. Okay, ich bin mal gegenüber. Wohin läuft der? Ich habe ein bisschen bekommen. Er folgt mir ins Dorf. Ja, kannst du dich denn spauen? Er ist slow. Komm mal hier, komm mal. Ah, okay, dann nicht. Dann komme ich. Pass aber auf. Okay, jetzt bin ich slow. Lauf. Oh. Ich habe keinen Hit auf ihn bekommen. Oh mein Gott, er ist auch richtig low, aber wenn ich am Schluss gewusst bin. Geht, als ob er jetzt ins Wasser geht. Ist er richtig krass low? Also, als ob. Als ob. Digga, ich habe sein fucking Boot kaputt geschossen. Und warum habe ich gesagt, ich hätte da safe einen Hit bekommen müssen. Pass aber auf jetzt. Ich hätte einen bekommen müssen. Ich brauche einfach auf dich. Ja, pass auf. Der geht locker wieder ins Wasser und sein Kackboot. Hä, wo ist der? Er ist da, inzwischen rum. Ja, komm. Boost me. Boost me. Boost. Digga, triffst du. Mal zweimal hintereinander. Bitte. Oh, nee. Komm. Ich gehe raus. Ah, nee. Hättest du mich weiter geboostet, hätten wir den bekommen, weil das hätte jetzt nichts gebracht. Weil jetzt sind wir beide genau gleich weit entfernt. Herr hat noch Fall Damage bekommen, as fuck. Oh, fuck. Lauf, lauf, lauf. Hälft mal, Natrix kurz. Boah, wir haben jetzt den einfach mal richtig gewolfen, man. Ja. Dem Wechsel, Juli. Boah, boost. Bitte. Hä? Der packt rum. Der wird rumge... Ah, nee. 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 Es wäre in der 20k-Runde geworden. Obwohl, die könnten wir jetzt gerne zettigen. Easy 3er-Team. Alter, ich hätte die ganze Zeit zurückgebackt haben. Was? Warum? Alter. Ja, die versuchen was. Ich weiß welcher. Alter, die versuchen halt... Die, die, die... Schon vorhin die ganze Zeit haben die abgefuckt. Ich mach Yolo. Ja, das sieht man. 3, 2, 1, los. Ich bin nicht drübergekommen. Ich hab den Einten. Hab den Einten. Alter, ich hab nicht geschlagen, weil ihr drin wart. Ja, ich hab einfach draufgeboxt, aber ich glaub, ich hab dich nicht gehittet. Der Natrix da hat mich zwar immer gehittet. Kann sein. Egal. Yolo. Wollte ich mal für Harmony. Obwohl, die Runde kann gut werden. Wie viel hast du gemacht? Wenn ich Natrix noch bekomme, nehm ich die wahrscheinlich. Okay. Ich hab jetzt halt alle. Mann, ich hab den zugegeben. Du hast den gegessen. Ja, ja. Wie viel hat der gedroppt? Der hat 150 gedroppt. Reptile. Also der drin ist 600. Den hast du ja vorhin bekommen. Ne, ich hab den nicht bekommen. Doch, vorhin. Ich hab keinen einzigen Kill gemacht. Vorhin. Nicht in der Runde. Ja, okay. Entschuldigung. Du Pläger. Du Pläger. Pläger. Und Pläger. Merlin. Der hat halt normalen Full Chain. Steve. Der ist ein Steve, Digga. Aber jetzt muss ich... Ich bin schon am Tem mit... mit... mit mit Zielma. Hab nicht mal ne Rot. Ja, dann geb ich sie halt ne Rot. Der soziale Birdie. Ja... one. Three, one. Jaa... Er ist gem... Perverbootet. Go. Locker rackt er mich. Dann... Locker rackt er mich. ja er kann auch gar nicht greifen doch dann wenn ich keine chance habe das war richtig dumm weil ich habe jetzt wirklich fast drei wochen also drei wochen habe ich kein SK gespielt und etwa eine woche kein MC er ist doch full life und ich bin es nicht aber er bin ich denn da hätte ich jetzt in der blick bekommen müssen hohe ansprüche alter meine Rüstung ist richtig gefickt man ok jetzt hast du ja neis nice wie viel hat der Klob? 300 muss mal ein bisschen Rüstung zusammen craften ok nochmal ich habe gar nichts zu sagen man ok er wird mich eh ziehen digger er ist ziemlich gut aber er hat richtig viel geschluckt ich habe mehr gegeben das war einfach ein hit man dann packt er einfach wieder seine hits aus die einfach wieder acht herzen ziehen ja ich rege einfach voll ist glaube ich am besten da können wir vielleicht nochmal normal kämpfen außer geht auf mich drauf weil jetzt ist er eh voller als ich weil er war vielleicht ich war auf drei und er war auf einem halben eventuell aber das heißt er muss jetzt voller war das gerade ein hit? ja das kann nicht sein digger der war glaube mindestens sechs sieben blöcke im Phantom nach oben ne ne der war gleich bei dir ok der war gut der Tornado alter wow ich habe das gefühl es timet aus habe ich auch oder ich verliere der verliert garantiert nicht das ist ja eh voll oh mein Gott 3,3k Runde ist nice aber wenn ich wieder richtig gut kommentiert habe auf jeden fall bin ich weg schaut bei Clashy vorbei abonniert den schaffen wir die 500 Abonnenten ok ja gut ich habe nichts dagegen ja aber komm das schaffen wir irgendwann irgendwann ja und bei mir ich habe bald die 10k das ist richtig nice 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 ich glaube Booty sollte mal ein Projekt starten ne schreibt ihn in die Kommentare wenn ihr auch dafür seid dann werde ich mal sagen oder Messi oder Messi oder Messi guck den g guck den b guck dem